Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung der Tragikomödie Esra, eine Familiengeschichte, die ihr ab dem 12. September 2024 in den deutschen Kinos sehen könnt. Ich bin Nestu und heute an meiner Seite ist die Theresia. Hallo Theresia. Hi, ist du. Theresia, sagt dir der Name Tony Goldwyn etwas? Ich glaube, ich habe den Namen schon mal gehört, aber du musst mir jetzt ein bisschen auf die Sprünge helfen. Tony Goldwyn ist der Regisseur dieses Films, den wir heute besprechen, aber Tony Goldwyn ist vor allem auch ein Schauspieler. Das ist einer von diesen Schauspielern, wo man das Gesicht kennt, aber den Namen nicht. Der hat schon in so vielen Filmen mitgespielt, das wird jetzt hier den Rahmen sprengen, die alle aufzuzählen, aber er ist eben hin und wieder auch als Regisseur tätig und hat nie so wirklich den Durchbruch als Regisseur geschafft. Ich glaube, der bekannteste Film von ihm ist Betty Ann Waters mit Hilary Swank und Sam Rockwell, aber auch der läuft eher so unter dem Radar. Und ob es ihm jetzt vielleicht mit Eswar gelungen ist, einen Film zu inszenieren, wo jetzt wir beide zumindest sagen, wow, nach dem Film möchte man sich alles von Tony Goldwyn ansehen. Das werden wir jetzt mal zusammen herausfinden. Im Vorfeld sei noch gesagt, der Film lief schon vor einiger Zeit in den USA und war da wohl einigermaßen erfolgreich, zumindest wenn man bedenkt, dass er nur limitiert angelaufen ist und ein R-Rated hatte. Ich glaube, hierzulande hat er, glaube ich, ein FSK 6 oder ein FSK 12, weil, sagen wir ehrlich, richtig Gewaltexzesse sieht man jetzt hier nicht, ne? Nee, nicht wirklich. Also es liegt, glaube ich, wahrscheinlich wirklich mehr an dem Vokabular, was hier das eine oder andere Mal geäußert wird. Theresia, ich mache es dir heute einfach. Ich habe hier die knappe und kurze Inhaltsangabe. Wenn du willst, lese ich dir einfach schnell vor, dann können wir nämlich gleich dann zu Potte kommen. Kannst du gerne machen, ja. Ich habe es mir jetzt zwar auch zurechtgelegt, aber it's your turn. Okay, gut, vielen Dank. Es geht um den Stand-Up-Comedian Max, gespielt von Bobby Cannavale. Und der hat gerade nicht viel zu lachen. Seine Karriere steckt in der Dauerkrise. Seine Frau Jenner hat ihn verlassen und den gemeinsamen Sohn Ezra, der Merkmal des Asperger-Syndroms trägt, gleich mitgenommen. Jetzt lebt der Mit-40er wieder bei seinem exzentrischen Vater Stan. Doch als er Ezra kurzerhand auf einen Roadtrip quer durch die USA mitnimmt, überschlagen sich die Ereignisse. Ja, so viel zur Inhaltsangabe von Ezra. Aber ich mag es ja ganz gerne, wenn ich eine Besprechung oder den Rezensionspart einer Besprechung ganz flott beginne, indem ich einfach direkt offenbare, wie ich den Film fand. Ich sage es direkt voraus, ich fand den Film ziemlich schwach. Wie war es bei dir? Also im Trailer fand ich ihn doch eigentlich ganz gut oder spannend und interessant. Also weil ich mir dachte, okay, da ist ein Vater, der setzt sich da jetzt irgendwie für seinen autistischen Sohn ein und habe mir gedacht, okay, den Film schaust du dir an. Aber ich muss auch sagen, also der Film hat mich doch dann sehr enttäuscht. Also ich weiß jetzt nicht genau, was ich erwartet habe, aber irgendwie der Film, so wie es inszeniert war, das, was ich mir erhofft hatte, hat mir der Film aber leider nicht gegeben. Ja, ich finde es halt unglaublich schwierig bei dem Film, weil er ja eigentlich ein sehr komplexes Thema aufgreift. Denn dieser Vater ist halt, ich sage es mal, ja, dieser Max ist halt einfach ein Arschloch. Es tut mir leid. Also der Film möchte dir das so ein bisschen verkaufen, dass es halt ein Vater auch ist, der in der Sinnkrise ist, der mit einem Unzufrieden ist, der auch daran hadert, nicht nur daran, dass seine Frau, gespielt von, wie heißt die gute Frau jetzt nochmal? Rose Byne. Rose Byne, genau, die übrigens mit der Hauptdarsteller auch, glaube ich, privat verheiratet ist. Also da ist nochmal ein kleiner Side-Fact dazu geschoben. Und der Film versucht wirklich alles, um Max, zumindest habe ich das Gefühl, mehr als sympathischen Dude darzustellen, der seine Macken hat und Ecken und Kanten, der aber eigentlich doch eine gute Seele ist, ein Herz aus Gold hat und der einfach darum bemüht ist, seinem Sohn Ezra, der wie gesagt ein Merkmal des Asperger-Syndroms hat, ein so angenehmes und vor allem normales Leben, wie eben nur möglich zu, ja, ermöglichen. Das war jetzt oft das Wort möglich, egal. Also so in der Theorie, in meiner Wahrnehmung habe ich gut zwei Stunden mir jetzt angesehen, wie ein nicht, sondern nicht lustiger Stand-Up-Komiker seinen Sohn immer wieder in Gefahr bringt, seinen Mitmenschen verarscht, die Mutter des Sohnes in Todesängste versetzt, nur damit er am Ende dastehen kann als jemand, der endlich etwas fürs Leben gelernt hat. Ich fand das ziemlich nervend, ich fand das ziemlich platt und ich fand das vor allem ziemlich langweilig. Wie hast du diesen Max wahrgenommen? Ich hab mir eben aus dem Trailer heraus auch gedacht, das gleiche wie du, da ist jetzt ein Mann, der jetzt eben alleine um seinen Sohn kämpft und dafür darum eben, dass es seinem Sohn gut geht und dass der nicht einfach irgendwie nur weggesperrt wird. Und als ich den Film gesehen hab, also der Max war mir leider auch sehr unsympathisch, also auch die Szene, weil er ja bei seinem Vater wieder wohnt, also bei Stan, gespielt von Robert De Niro. Und dann macht ihm sein Vater, der dann ja schon über 70 ist, immer noch Frühstück und fragt so, hey, willst du Kaffee haben? Und der Sohn so, ja klar will ich Kaffee haben, wie lange wohne ich denn schon hier so in der Art? Und dann hab ich mir gedacht, was für ein Penner? Und ich hatte auch das Gefühl, dass, also er hat ja auch irgendwie so Probleme mit sich, entweder weil er jetzt von seiner Frau verlassen worden ist oder ich kann es nicht genau euch schätzen. Und da dann sehr egoistisch gehandelt hat und dann eben seinen Sohn mehr oder weniger entführt hat und auf diesen Roadtrip mitnimmt und ihn so dabei hat, so als Glücksbringer, als Talisman. Und der Sohn aber durchaus auch sehr oft sagt, er würde gern wieder nach Hause und der Sohn ja dann irgendwann einmal eben so diese Szene macht mit, hier, du bist mein Vater und nicht, und nicht, ich bin, also ich bin dein Sohn und nicht dein Glücksbringer, Buddy oder sonst irgendwas. Fand ich dann auch eine sehr starke Szene und ja, also Max ist nicht der Sympathieträger des Films. Ich hab mir schwer getan, überhaupt einen Sympathieträger in dem Film zu finden. Ja, das stimmt. Also es gibt immer wieder Momente, wo ich das Gefühl habe, der Film versucht jetzt wirklich sehr zwanghaft mir irgendwie halt jemanden zu präsentieren, mit dem ich mitfiebern kann. Aber entweder sind die Figuren einfach komplett austauschbar oder aber haben so wenig Screentime, dass ich von ihnen kaum was weiß. Also wie zum Beispiel Max, ihr Exfrau und Esras Mutter Jenna. Es gibt auch so Momente, wo Max zusammen mit Esra einen alten Freund besucht, gespielt von Ryan Wilson, bekannt aus The Office, wo ich mir auch dachte, okay, was soll das jetzt? Und vor allem, was ich halt wirklich, wirklich scheiße fand, der Film tut so, als ob der dir erzählen wollen würde, wie unglaublich schwer es ist, ein Leben zu führen mit einem Kind, das in diesem Asperger-Syndrom drin ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob das korrekt ausgedrückt ist, es tut mir leid, ich versuche hier mein Bestes. Aber dann kommt der Film am Ende an und tätigt halt die Aussage, wisst ihr was, ein bisschen Pferde reiten und Schokoladeneis, das hilft. Und dann denke ich mir so, nee, wirklich. Und das kommt so aus dem Nichts auch. Also der Film hat ja eigentlich ein sehr komplexes und sehr interessantes Thema, weil es ja auch darum geht, dass Max auch immer wieder scheitert, obwohl er sich das nicht eingestehen möchte. Und er ja auch wirklich immer komplett erstmal an sich denkt, auch wenn er es anders verkauft. Aber am Ende ist der Film dann wieder so manipulativ und hemmsärmlich, dass er sich da einfach hinstellt und sagt, ja guck mal, Eswa hat eine Freundin gefunden, die streicht gerade ein Pferd. Und jetzt kann er plötzlich das tun, was er vorher wegen seiner Erkrankung niemals tun konnte. Und das ist mir einfach zu blöd. Ja, das war sehr platt. Vor allen Dingen war dann dieser Besuch, der hat dann auch wieder nur so gefühlt zehn Minuten gedauert. Und dann war so, da wurde immer sowas aufgebaut, so quasi eine alte Liebe oder sonst irgendwas. Und dann war das aber dann im nächsten Augenblick dann sofort wieder erledigt. Also waren wirklich sehr viele Figuren dabei, die nur so für ein paar Minuten aufgetaucht sind. Wobei ich sagen muss, ich mochte ja noch die Szene da mit seinem alten Kumpel, eben mit dem Nick und mit der Pfanne. Das fand ich ja noch am witzigsten von dem ganzen Film. Ja, wobei, dieser Running Gag mit der Pfanne, den hätten sie im Filmangeschmack ein bisschen mehr ausbauen können. Und vor allem, ich hätte halt da auch gerne mal die Pfanne gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß es nicht. Also zum Schluss hatte Robert De Niro ja auch eine Pfanne. Ich habe das so verstanden, dass er einfach eine Pfanne mitgenommen hat. Ich habe ich mir jetzt auch nicht sicher. Ja, aber wie gesagt, die Pfanne ist halt wirklich schon, also zur Erklärung ist so ein kleiner Running Gag, weil Max' Vater, Stan gespielt von Robert De Niro, hat halt mit seinem besten Freund, also Max' besten Freund, irgendwie noch eine Rechnung offen, weil er ihm wohl anscheinend irgendwie mal eine Pfanne geklaut hat oder so. Das ist halt so ein netter Gag, den der Film immer wieder so rausholt. Also nicht immer wieder, aber zumindest in der ersten Hälfte des Films immer wieder benutzt. Und jetzt muss man auch sagen, der Film wird so beworben als Tragikomödie. Und ich muss sagen, ich fand den jetzt auch erstellenweise unwitzig. Also ich finde jetzt nicht, dass ich von so einem Film erwarten kann, dass ich die ganze Zeit brüllend lachen auf dem Boden liege. Aber wenn ich halt zurückdenke, wie oft meine Mundwinkel sich nach oben gezuckt sind, dann muss ich ehrlich gesagt sagen, das ist sehr, sehr, sehr selten passiert. Ja, bei mir leider auch. Also irgendwo habe ich gelesen, dass irgendwie Robert De Niros Rolle wohl noch irgendwie die witzigste sein soll. Und habe das aber nicht, also kann es nicht ganz nachvollziehen, weil selbst ihn, ich wusste nicht, wie jetzt Robert De Niro oder wie halt Stan, also der Vater von Max zu dieser Geschichte steht und zuerst ignoriert er jegliche Anrufe und klopft nur an der Tür, wie wenn er sich verstecken wollen würde. Danach machen sie sich doch noch irgendwie hinterher und reißen Max und Ezra eben nach. Also ich habe nicht ganz verstanden, was mir hier dieser Film da erzählen will. Ja, ich hätte halt wirklich auch ein bisschen mehr gerne erfahren über die Beziehung zwischen Max und Stan, weil so richtig, ja, liebenswürdig war das auch nicht. Also da kam halt immer wieder so was zur Sprache, wo ich halt rausgelesen habe, okay, anscheinend war Stan, als Max jung war, kein so guter Vater, dem vielleicht auch mal die Hand ausgerutscht ist. Das wird immer so nebenbei mal thematisiert und daraus ließe sich vielleicht auch was machen. Und das kann man ja auch sagen, Max ist kein guter Vater, aber er ist zumindest kein gewalttätiger Vater. Aber trotz allem war das alles so ein bisschen unbefriedigend für mich, weil ich dachte, hey, eigentlich habt ihr da echt interessante Themen. Und wenn ihr da mal ein bisschen in die Tiefe gehen würdet, wäre das sicherlich ganz spannend. Aber der Film, der klatscht das alles so vor die Leinwand, thematisiert das für drei, vier Minuten und dann geht dieser Roadtrip halt weiter. Und dann gibt es halt wieder auch so Situationen in diesem Roadtrip, wo Max seinen Sohn halt einfach in Gefahr bringt. Und ich mir manchmal die Frage gestellt habe, versucht der Regisseur Tony Goldbinder es gerade wirklich ein bisschen lustig zu inszenieren? Weil ich weiß nicht, wenn da so ein Junge ist, der einfach auf sich allein gestellt nicht zurechtkommt und dann von seinem Vater entführt wird. Ich weiß nicht, weil, sagen wir ehrlich, Max ist zwar 40, aber vom Geiste her ist er vermutlich gerade erst 16. Ja, ich war mir dann auch nicht sicher, ob nicht Max quasi auch irgendwie ein Problem hat oder halt auch so quasi Tendenzen in die Richtung hat, die sein Sohn hat, aber nicht so ausgeprägt, weil der auch manchmal sehr nicht rationale Sachen oder halt auch in seinem Wahn drin war, jetzt seinen Sohn retten zu wollen. Und ich bin mir nicht einmal sicher, ob der Sohn irgendwie in Gefahr gewesen ist. Also ich meine, das fand ich ja wirklich das Spannende an dem Thema, das ist ja auch schwer für die Eltern. Wie gehst du mit so einem Jungen um? Was ist jetzt das Bessere? Ist es jetzt besser, ihn auf eine öffentliche Schule zu nehmen, damit er Normalität hat? Oder doch auf so eine Förderschule, die dann speziell für ihn ist? Ist es jetzt besser oder schlechter, wenn man ihm Medikamente gibt? Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob halt Max Esor wirklich aus einer schlimmen Situation gerettet hat. Ja, vor allem, das ist ja das Interessante daran, dieses Ganze, diese ganze, ich nenne es einfach mal was, wie es ist, eine Entführung. Passiert ja deswegen, weil seine Ex-Frau möchte, dass der Sohn auf eine Förderschule kommt, weil er in der normalen Schule einfach wegen seines Handicaps nicht zurechtkommt. Und für Max ist ja dieses Bild immer noch da, Förderschule, das heißt irgendwie da gehen nur die, in Anführungszeichen, die Volldeppen hin. Und da wird sein Sohn sowieso in eine Ecke gestellt und wird automatisch so gebrandmarkt als, ja, als Behinderter. Jetzt muss man halt sagen, ich kann das schon nachvollziehen. Aber es zeigt ja, wie egoistisch der Vater ist, der sich ja wirklich null damit beschäftigt, wie es heute in so einer Förderschule eigentlich zugeht. Es gibt ja sowas wie eine Entwicklung, die da auch durchgemacht worden ist in diesem Bereich der Pädagogik. Ich erwarte ja nicht, dass der Film sich da hinstellt und sagt, pass auf, es gibt jetzt einen 30-minütigen Vortrag, das ist in Förderschulen heute. Aber ich störe mich wirklich daran, dass dieser Max als Kumpeltyp, als Übertriebträger dargestellt wird, der seinen Sohn entführt wegen dieser Schulsache, ohne sich auch nur einmal wirklich adäquat damit zu beschäftigen. Weil ich bin jetzt auch kein Experte, aber ich bin mir sehr sicher, Förderschulen auch in Amerika haben sich in den letzten 30, 40 Jahren durchaus weiterentwickelt. Und ich hätte kein Problem, wenn der Film halt auch Kritik an Max äußern würde. Aber das kommt ja nie durch für mich. Also für mich war Max von Anfang bis Ende immer so der, in Anführungszeichen, Held des Films. Und ich kam darauf einfach nicht klar. Wie war es da bei dir? Nee, ich weiß, was du meinst. Also ja, es wird da halt so verkauft, dass er heute seinem Sohn halt die Normalität geben will und ihn nicht einfach mit Tabletten ruhig stellen will. Was ja auch schön ist. Aber so wie halt dann dieses Bild von Max gezeichnet worden ist, war er mir aber auch nicht immer so sympathisch. Er ist da von einer Stelle zur anderen irgendwie geflohen. Dann war es noch irgendwie so ein bisschen auch karrieretreibend, weil ja dann das Ziel von dieser Reise war ja dann L.A. und sein Auftritt bei Jimmy Kimmel. Wo ich mir dann wirklich gedacht habe, was ist, also tut er das jetzt wirklich alles nur seinem Sohn zuliebe? Also der Film wollte mir das so verkaufen, aber ich habe es nicht so empfunden. Ja, weil er ja auch, wie gesagt, nach L.A. auch fährt halt eben, um da diesen Auftritt bei Jimmy Kimmel zu machen. Denn er ist ja nicht nur Stand-up-Komiker, er ist ja laut des Films auch Comedy-Autor. Und hofft ja einfach jetzt so den großen Durchbruch zu haben. Wie gesagt, der ist für mich einfach ein durchgängig unsympathischer und sehr manipulativer Mensch, dieser Max. Und nicht falsch verstehen, ich finde das für eine Figur unglaublich interessant. Aber dann musst du als Film mir auch immer wieder ganz klar zeigen, dass er gerade einen Fehler macht und vor allem, dass er nicht der Held ist. Oder dass er keiner ist, auf den man hinaufblicken soll. Weil der Film zeigt mir halt seine Schwächen, aber er inszeniert ihn immer so als, ach, der Mann hat seine Ecken und Karten, aber er ist doch einer von den, in Anführungszeichen, einer von den Guten. Und nee, ist er nicht, weil, was der Film halt eben auch wirklich nur im rudimentären Bereich halt behandelt, ist die Mutter, die da zu Hause hockt und dann irgendwann mit dem Stiefvater da irgendwie auf, nee, Schwiegervater war es, sorry, mit dem Schwiegervater auf die Suche geht. Und selbst wenn der Schwiegervater halt eben am Anfang ablehnt ist, unterstützt er sie dann, nur um sie dann wieder zu, in Anführungszeichen, zu verraten. Und die Frau tat mir halt wirklich leid, weil ich wirklich dachte, also, wenn, wenn, wenn das, wenn er auch in der Ehe so ist oder war, dieser Max, dann kann ich sehr schnell verstehen und sehr gut verstehen, vor allem, warum sie dann sich gescheiden hat lassen und diesen anderen Typen, diesen Anwalt, oder was es war. Übrigens, der Anwalt wird gespielt vom Regisseur Tony Goldwynn. Ja, also, also, die Frau, also, mir geht's glänisch, also, mir tat auch die Mutter einfach leid, weil die halt wirklich nur wollte, dass es dem Sohn gut geht. Und, ähm, ja, also, kann mich da deiner Meinung auch nur anschließen. Also, mir hat die Frau auch wirklich leid getan. Hast du irgendwas, was du dem Film zugutehalten möchtest? Also, ich möchte jetzt hier diese Besprechung nicht auf so einem negativen Tonus, vielleicht noch das Fazit, aber vielleicht noch irgendwas Positives, was du jetzt entdeckt hast, wo du sagst, okay, der Film hat seine Schwächen, aber dieses eine Element oder diese Elemente vielleicht, fand ich dann noch ganz stark oder gut? Also, zwei Sachen, die mir irgendwie gefallen haben oder wo dann auch gerne noch hätte mehr sein dürfen, war eben zum einen, ähm, man sieht, also, ich hab mich mal wieder gefreut, Whoopi Goldberg auch zu sehen, auch wenn der Auftritt auch nur so in den ersten 20 Minuten irgendwie gewesen ist, als Managerin von Max, ähm, und wie gesagt, hier, ähm, ähm, ich glaub, Nick Käser, sein Freund, ähm, das, ähm, weil es immer heute Schauspieler ist von The Office und das fand ich heute eben auch, äh, war so eins meiner Highlights auch und fand ich auch ganz witzig. Ja, also, mein Highlight war, ein kleines Highlight war die Bratpfadde, das ist ein netter Running Hack gewesen, ich finde, dass die Darsteller ihren Job auch wirklich gut machen, ähm, aber alles in allem war es das so von den wirklich für mich nennenswerten, positiven Punkten für Ezra und wenn du nichts weiter hast, glaube ich, können wir gerne zum Fazit kommen. Können wir gerne machen, ja. Gut, dann darfst du gerne anfangen, dein Fazit zu Ezra, eine Familiengeschichte. Also, das Thema fand ich wirklich sehr spannend, ähm, eben, ähm, Asperger-Syndrom oder Autismus, wie denn auch immer jetzt hier die richtige Bezeichnung ist, ähm, tut mir leid, wenn ich da jetzt irgendwas verwechsel, ähm, fand eben vom Trailer her, das nach einer spannenden Geschichte und, ähm, hätte mir einfach mehr erhofft, dass die wirklich mehr aus diesem Thema gemacht haben und mehr eben so auf diesen, auf Ezra eingegangen wären und nicht so irgendwie die, ähm, Probleme von Max dann irgendwie in den Vordergrund, äh, gerückt sind. Für mich fand ich sehr schade, weil das wirklich ein sehr interessantes Thema ist und man, glaube ich, da wirklich viel draus hätte machen können, ähm, schauspielerisch war der Film auch wirklich gut, also, ähm, also allen voran auch der, der Ezra gespielt hat, fand ich, hat einen guten Job gemacht und auch die Eltern, ähm, fand ich, äh, ähm, ja, wirklich eine darstellerische gute Leistung, aber, wie gesagt, mich hat der Film dann nicht so überzeugt, ähm, der Sympathieträger, der aufgebaut werden sollte, hat's bei mir halt irgendwie nicht geschafft, beziehungsweise für mich war er eher so der, der, der Negativheld in dem Film und was ich halt sehr schade finde und, ja, leider deswegen nur so eine durchschnittliche Wertung für mich bei diesem Film. Ja, ähm, für mich war es eine sehr bittere Enttäuschung. Ich habe jetzt keinen großartigen Film erwartet, aber ich war dann schon, ja, enttäuscht und auch teilweise ein bisschen angesäuert, was der Film hier verklickern möchte. Und, äh, er ist solide inszeniert, aber er ist jetzt auch kein Film, der jetzt die Qualität eines Kinofilms erreicht. Also, ob man den auf der Leinwand sieht oder da Hause im Streaming oder auf DVD, ist für mich jetzt gemacht, jetzt für mich keinen großen Unterschied. Es ist sehr, es ist ein sehr biederes Trends hier, Kino, äh, das sehr auf so Feel-Good-Movie-Aspekte schielt und dabei aber eigentlich komplett seine eigentliche Integrität aus den Augen verliert. Das ist leider für mich ein, äh, ja, ein Flop. Ähm, ein sogar recht großer Flop, der mich halt, wie gesagt, manchmal sogar wütend gemacht hat, weil dir einfach ein sehr komplexes Thema behandelt wird, was eigentlich total, ist die Geschichte total spannend. Weil du kannst echt viel daraus machen, nicht nur Betroffenheitskino, sondern auch durchaus was Lustiges. Ähm, aber ich finde, der Film hat nichts davon, auch nur annähernd erfüllt. Und so bleibt für mich nur auszusprechen, dass ich euch Ezra in der Familiengeschichte nicht empfehlen würde, wenn ihr ihn doch gucken wollt, wie gesagt, ab dem 12. September im Kino. Und wenn er euch interessiert, guckt euch ihn gerne an, denn Hauptsache Kino. Ich danke euch fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Und auf unserer eigenen Webseite www.t-stammtisch.de Und wir haben auch einen Discord-Community-Server, tele-stammtisch-discord. Könnt ihr gerne mal reinschauen und uns Feedback geben und mit uns plauschen über aktuelle Serien, aktuelle Filme, aber auch natürlich Retro-Kram, auch ein bisschen Games und ein bisschen Comics. Alles mit dabei, viele nette Leute sind schon dabei. Stoß gerne dazu, wir würden uns freuen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und Theresia, das letzte Wort dieses Podcasts gebührt dir. Tschüss. Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.